und willkommen zurück zu the battle of olympus je nachdem wir im letzten part ja ein paar mal gegen die hydra versagt haben hoffen wir mal dass wir man auch mir mal dass wir sie jetzt irgendwie besiegen können denn es gibt mir doch irgendwie am herzen fortschritt in diesem spiel zu erreichen ich hasse federmäuse wie die pest nein 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 mein gott noch mal ja wir hier warten warten erwarten ja so spannend ist ja rüber danke ja sterb da sind wir von mir keine kugel ist mir egal rüber danke so hydra immer dieser kack sprung also hier 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 Nein! Nee. So. Ja. So, komm her. Komm her. So. Nein. Was für einen Sprung macht sie? Natürlich den großen Sprung. Nein. Okay. Ich mache nur mal einen Sprung. Na. Na. Ha. So, komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach den. Nein. Mein Gott, nochmal. Da. Da, 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 da. Wir hätten doch was geschafft. noch mal zur hydra weil wir es ja nicht kennen tut mir leid wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin aber es kopf mich jetzt im moment ziemlich an okay natürlich sie fängt natürlich mit diesem dämlichen scheißsprung an 2 Zwei. Komm schon. Nein! Ich habe sie getroffen. Komm, das ist unfair. So. Was machst du jetzt für einen Sprung? Komm. Ich will es endlich schaffen. Äh. Nein! Nicht dieser Sprung! Mein Gott, nochmal! Nein! Ich habe auf Continue gedrückt. Naja, was soll's. Ist ja wurscht. Oliven sammle ich eh aufs Queen. Da rüber, rüber, warten, da runter. Ey, diese scheiß Fledermäuse, echt. Die treffen mich immer. Das ist so gecodet worden. So, nochmal. So. Lass Energie fallen. Och, nur Bällchen. Ich dreh durch. Na, wenn man ein Bällchen sammelt, kommt keine. Und wenn man volle Energie hat, kommt nur volle Energie. Ist es immer so. Oh, Energie, danke. Lass du bitte auch Energie fallen. Och, Mann, dreh dich doch mal um. Ach, verdammt. Jetzt kriegen wir noch Schlucker auf. Och, ey. Ach! Also durch die Hydra eben so. Mit Schlucker auch und allem drum und dran. So, komm raus. Ich wusste, dass du diesen Sprung machst. So, Treffer 1. So, Treffer 2. Nein. Nein. Ach! So. Komm schon. So. Was machst du jetzt für einen Sprung? Nein. Falscher Sprung. Komm schon. Na, verdammt. Wie schafft ich jetzt? Ich hab's mir jetzt vorgenommen. Na, komm raus. So. Nein. Komm her. Danke. 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 Nein. Nein, nicht dieser blöde Sprung. Nein. So. So. Ich glaube, jetzt schaffe ich dich. Ich glaube, jetzt habe ich dich. Komm. Nicht dieser blöde Sprung. Nein. Komm raus. Komm raus. Ja! Danke! Mein Gott, nochmal. So, nicht sterben. Danke. Die Nymphen. Ich bin der Geist des Waldes. Du hast Hydra getötet. Der Frieden wird zurückkehren. Bitte akzeptiere dieses Schwert. Ja, das Schwert. Danke. So, rüber. So, jetzt will ich nur noch zum Tempel zurück. Ohne zu sterben. Das wäre fein. Ja, runter. Rüber. Danke. Fein hier. Ja. Nach einem Dornbrusch kommt auch so vorbei jetzt. Oh. In die Büsche wieder rein. Ich will jetzt echt nicht sterben müssen. Ich will einfach nur zurück. Nein. Nein, 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 nein. Bitte lass mich nicht sterben. Würdest du eigentlich? Zykloppen haben den Weg nach Laconia versperrt. Der einzigste Weg, sie zu besiegen, ist ein Schwert in ihr Auge zu stecken. Okay. Ich will eigentlich nur zum... Na, toll. Er bin ja schon direkt hier. Na gut. Na. Dann wähle ich mal kurz mein Schwert aus. Ich versuche irgendwie die scheiß Fledermaus, die so blöde springt. So. Hier muss doch irgendwo sein. Ich weiß es. War das nicht hier irgendwo? Oder bin ich hier komplett falsch? Ich weiß, dass ich hier hin muss, aber irgendwo war Energie. Und die möchte ich gerne haben, bevor ich jetzt weiter latsche. Also nicht sterben. Nein, verdammte Kacke. Ja, da ist Energie. Komm, komm. Danke. Rein hier. Der Tempel. Gott sei Dank. So. Höre die Wörter des Gottes und vergiss sie nicht. Ich doch nicht. Ich hab die Hydra besiegt. So, ne. Ich wollte ja an den Start zurück. Wenn ich den denn mal wieder finde. So, rein hier. Ach, ne. Jetzt bin ich wieder hier. So, so. Hoch. Runter. Was war hier? Runter. War das hier? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja. War das denn hier irgendwo mit Energie? Irgendwo war sie doch. Na? Auch nicht. Daneben nicht. So, töte mich. Will zurück zum Gott. So. Weed wine. So. Ich mach hier beim nächsten Mal weiter, Leute. Tschüss. Musik.